leichtes laminat bzw das holz bin mir nicht so sicher wird schon ein bisschen knapp egal das wird schon langsam hell da können wir ja rausgehen so das war das letzte holz sonst haben wir nichts mehr außer ich mache von dem noch ein bisschen so hell ist es auch schon geworden da kann man ja eigentlich rausgehen ohne du stirbst jetzt danke so ein bisschen schöner aussehen lassen natürlich zu natürlich und da hinten sind ja noch freue mich versuch man passt im kind von den bäumen zu liegen hinter mir war ein körper super ich werde auch erst mal das loch wieder zu machen schön alles zu machen dass unten keine zombies vorne so zu ich mir mal ein paar sampling ja scharf das machst du schon mal gut da oben wo sind normale bäume ich finde diese weißen stinger da da sind noch alles scheppert ja richtig hier und da möchte ich nicht und daran dass man glaube ich ein bisschen aua stimmt's gut mach das aua und sind auch noch für samplings kommt bitte runter habe ich noch einen bekommen weizenkörner weizenkörner aha könnte ich ja behalten aber die blumen sondern so eine scheiße baue ich ja nicht die schmeiße ich mal weg 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 weil die bäume lassen einfach keine samplings ab was ist denn los mit euch ich will bäume pflanzen dafür brauche ich samplings geh weizen guck mal guck mal Aua. Da sind noch die Kackbäume, die Kackweißen Bäume. Die möchte ich natürlich nicht haben. Samplings. Give me Samplings. Ah, ich glaube gerade eben habe hier 1 Arf. Eichen 7 Sling. Ich brauche nicht die Kacke. Liegen hier unten vielleicht welche? Oder hier? Da habe ich bis jetzt noch gar nicht bekommen. Ich habe 4. 5. So Moment. Ich habe glaube ich schon wieder einen Cheat. Hier. Um. So. Schön alles abspeichern. Was man auch alles beisammen hat. Oh, lol. Wächst das Glas nach? Ne, ich glaube nicht. Oder? So ist es sonst ein bisschen blöd. Ich werde auch hier mal ein paar Bäume pflanzen. Ich glaube die haben sogar eingepatcht. Mal irgendwann. Dass man. Bei Regen. Dass die. Bäume bei Regen. Schneller wachsen. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da. So. Mal was futtern. Wir bräuchten. Wir bräuchten wirklich dringend. Bäume. Dringend. Dringend. Holz. ETC. Wir bräuchten auch wieder Kohle. Dahinten habe ich so ein bisschen Steine gesehen. Genau. Vielleicht buddel ich mich einfach mal in diesen Berg ein. Vielleicht finde ich da auch Kohle. Mh. Dafür brauche ich natürlich auch. Neue Schaufel. Äh. Wo habe ich mein. Ah. Quatsch. Das ist in den Ofen. Oh. Oh. Mann. Schon wieder in den Ofen. So. Ah. Ein Schwert könnte ich auch mal. Notfalls wieder machen. Oh. Oh. So. Einfach mal hier rein buddeln. Mal sehen was passiert. Ah. Da ist ja schon Kohle. 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 Ja. Ja. Sehr sehr schön.